Karin Dufe ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ihr Buch trägt den Titel, warum die Sache schief geht, wie Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen uns um die Zukunft bringen. Ein ganz schön reißerischer Titel, der könnte am berühmten Stammtisch entstanden sein, wo sich Menschen treffen, die zutiefst frustriert sind über die Welt. Sind Sie frustriert? Ich bin zutiefst frustriert, aber ich sehe auch diese Schwierigkeit oder die Gefahr, dass man wirken kann wie jemand, der mit dem Wachturm am Hauptbahnhof steht und damit herumwinkt, weil tatsächlich das so ignoriert wird, wie das im Moment aussieht. Also das ist ja wirklich eine ganz brisante Situation, in der wir uns gerade befinden und das wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Der Zustand der Welt ist schlecht, so Ihre Diagnose. Die Klimakatastrophe droht, die Macht der Finanzhaie ist ungebrochen und die Politik Kollaborateur. Das Problem, schreiben Sie über das System, besteht nicht nur darin, dass die Netten aussortiert werden, sondern auch darin, dass die Falschen angezogen werden. Wer sind denn die Falschen und wollen bzw. brauchen wir die Netten? Wir brauchen ganz dringend die Netten, weil die Welt im Moment so funktioniert, dass halt die Leute an den entscheidenden Stellen sitzen, die besonders dominant, besonders ehrgeizig und meistens auch besonders rücksichtslos sind. Sonst wäre das auch gar nicht zu erklären, wieso wir immer noch, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir noch so fünf Jahre vielleicht haben, um das Steuer nochmal rumzureißen, tatsächlich nichts tun, was irgendwie uns daran hindern würde, in den Abgrund zu springen. Wollen wir denn wirklich die Netten? Weil nett ist ja auch so ein Wort, das man verwendet für harmlos, nicht sagen. Ja, vielleicht auch das. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass diejenigen, die in den entscheidenden Positionen sitzen, die Definitionsmacht haben. Und deswegen werden solche Worte wie nett auch so ein bisschen diffamiert. Ich frage mich, ob es wirklich eine Frage des Charakters, ganz unterschiedlichen Charakters ist, ob man zu den Falschen, wie sie es nennen oder zu den Netten gehört oder nicht vielmehr eine Frage der Gelegenheiten, also Positionen verändern Menschen. Ich glaube, da spielt beides zusammen. Also es gibt auch die Theorie, dass Leute erst dann rücksichtslos werden, wenn sie bereits in die Position gekommen sind. Aber man muss immer dominant sein, um es überhaupt so weit nach oben zu schaffen. Psychopathen, die seien vor allem an den Schaltstellen der Macht zu finden, erfahren wir in Ihrem Buch. Und dass ein Prozent der Menschheit so veranlagt sei, also psychopathisch. Und dann schlussfolgern, Sie in Deutschland laufen also immerhin fast eine Million Psychopathen herum. Damit haben Sie die Anzahl der Deutschen mal eben von 80 Millionen auf 100 Millionen hochgesetzt. Eine Abweichung von 20 Prozent. Das würden Sie den Wissenschaftlern, die Sie im Buch ja auch heftig kritisieren, als unseriös angreifen. Ja, das habe ich ein bisschen hochgerechnet, klar. Nicht schlimm. Sonst wären das ja irgendwie Nullkomma, so eine gestückelte Sache. Das wollte ich ein bisschen begradigen. Wie lange haben Sie für dieses Buch, in dem es ja geht um die drohende Klimakatastrophe, um die Finanzbranche, um Großunternehmen und Wissenschaftler, wie lange haben Sie dafür gebraucht? Das war diesmal ganz kurz. Ich habe da vier Monate drin gesessen. Allerdings habe ich etwas in der Art schon seit über sechs Jahren geplant und hatte eine Menge Vorarbeiten bereits geleistet. Sie greifen vor allem auf Zeitungsartikel aus Spiegel Online, der Welt, der Zeit zurück und in Fußnoten geben Sie als Quelle auch schon mal Wikipedia an, zum Beispiel im Zusammenhang mit Klimadaten. Reichte Ihnen das? Wollten Sie mit dem Buch nicht tiefer in die Materie einsteigen? Ach, das geht ja gar nicht darum, welche Institution das ist, der es macht. Da sind sich ja alle Wissenschaftler einig. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Extremmeinung vertreten würde oder mir gerade irgendwas rauspick, was sonst andere Leute ganz anders sehen, sondern ich bin halt den meisten Sachen dort begegnet, wo dann wieder darüber geschrieben wurde. Das ist ein journalistisches Buch. Da habe ich jetzt auch keine eigenen Statistiken erhoben, sondern ich gebe das wieder, was in den Zeitungen steht, was nämlich auch alle wissen könnten. Jeder, der irgendwie Erfolg hat, kriegt bei Ihnen sein Fett weg. Für Erfolg in der Wissenschaft oder in der Kunst sei ein Schuss Autismus erforderlich. Warum die Häme? Gönnen Sie erfolgreichen Menschen den Erfolg nicht? Ach, das ist doch keine Häme. Das ist doch die reine Verzweiflung, dass wirklich die falschen Leute an den falschen Plätzen sitzen. Und das ist ja auch nicht so, dass ich per se jetzt so ein Bashing mache gegen dominante Menschen. Also Dominanz und Kompetenz schließt sich keineswegs aus, aber es bedingt sich eben auch nicht gerade. Und es wäre ganz wichtig, dass die Leute an den entscheidenden Plätzen sitzen, die kompetent sind und die auch die Charaktermerkmale haben, um wirklich seriös und gesittet über solche Sachen zu entscheiden. Und dass eben diese Ehrgeiz, diese Risikobereitschaft, das, wonach ausgewählt wird, die völlig falschen Kriterien sind. Das heißt nicht, dass es immer die falschen Menschen sein müssen, aber es werden sehr viele falsche Menschen dabei angezogen. Sie differenzieren in Ihrem Buch aber nicht, was diese Punkte angeht. Also Selbstvertrauen ist bei Ihnen grundsätzlich schlecht, Einsatzbereitschaft ebenso, auch Risikobereitschaft und Durchsetzungsvermögen. Warum meinen Sie das so schweizweiß? Weil alles hat ja zwei Seiten oder mindestens zwei Seiten. Und dazwischen gibt es meistens zwischen schweiz und weiß auch noch eine ganze Menge bunter Farben. Ja, weil ich mir das sonst nicht erklären kann, wieso wir eine Entscheidung, die innerhalb von den nächsten drei bis fünf Jahren getroffen werden müsste, wenn wir nicht die nächsten Generationen komplett die Zukunft verderben wollen, dass die nicht getroffen wird. Also es ist einfach ein unerklärliches Phänomen, dass wir wirklich da sitzen und wissen, also im Jahre 2070 oder 60 oder 50, vielleicht auch 80, das genaue Datum haben wir nicht, wird es hier richtig rund gehen und das werden absolut katastrophale Verhältnisse sein. Und wir lassen Generationen, die nach uns kommen, die aber jetzt teilweise auch schon leben, die werden dafür bezahlen müssen, dass wir uns weiter so benehmen wie bisher und keiner tut was. Das ist für mich unerklärlich und das heißt für mich, da sitzen wirklich die falschen Leute. Sonst würde da mal eine vernünftige Entscheidung getroffen werden. Welche Entscheidung müsste das sein? Das fängt schon mal damit an, dass man mit Subventionen an die Landwirtschaft aufhören müsste. Es geht generell darum, CO2 runter, runter, runter. Wir müssen wirklich eben die Veränderung in unserem Verhalten nicht mehr innerhalb dessen, was wir gewohnt sind, machen. Sondern wir müssen wirklich vollkommen neu denken und wir müssen vor allem es wirklich tun. Wir dürfen nicht planen. Wenn man tun sagt, muss man wirklich auch tun und nicht sagen, irgendwie in drei Jahren und dann innerhalb der nächsten zehn Jahre langsam runter auf. Die Zeit haben wir einfach nicht mehr. Nach belastristischen Werken wie der Regenroman oder Taxi, die Bestseller waren, und nach verschiedenen Literaturpreisen haben Sie sich Sachthemen zugewandt. Warum machen Sie das? Ich habe eigentlich Anfang des Jahres noch in einem Roman gesessen, der 2030 gespielt hätte und habe mittendrin gemerkt, Mensch, da ist aber furchtbar viel zu erklären und außerdem wird es jeder für Fiktion halten. Ich muss denen auch mal sagen, das ist jetzt hier irgendwie nicht Roland Emmerich 2012, was ich hier gerade erzähle, sondern das muss ich wirklich in einem Sachbuch machen und das eben auch mit ganz vielen, diesen ganzen Fußnoten belegen. Und ich glaube, das reicht es wirklich, wenn man da auch eine Zeitschrift oder eine Zeitung nennt, weil ich damit auch gleichzeitig eben zeigen wollte, Mensch, ihr wisst es eigentlich, wir wissen es alle und was ist der Grund, warum wir nichts tun? Zum Schluss Ihres Buches hoffen Sie auf einen Zusammenbruch der Finanzwirtschaft, weil dann gleich nebenbei der CO2-Ausstoß reduziert würde. Und dann schreiben Sie wörtlich, oder ein aggressives, tödliches Virus könnte innerhalb weniger Jahre die Weltbevölkerung um die Hälfte dezimieren. Es gibt also noch Hoffnung. Da wünschen Sie Ihren Mitmenschen also die Pest an den Hals. Das ist natürlich ein bisschen so gemacht, um den Leuten die Dringlichkeit zu zeigen, um wirklich eben so ein bisschen provokant das so zu zeigen, okay, welche Möglichkeiten gäbe es, dass wir nicht völlig in einer absoluten klimatischen Katastrophe, die kein menschliches Leben mehr zulässt, landen. Und die Sachen, die wirklich die Chancen, die wir noch hätten, wenn wir nichts tun, das sind Chancen, die wir uns auch nicht wünschen können. Das habe ich jetzt einfach ein bisschen zugespitzt ausgedrückt dabei. Lösungsansätze haben Sie in Ihrem Buch so konkret nicht. Und ich habe am Ende des Buches gedacht, naja, es gibt ja auch andere Haltungen, zum Beispiel die von Luther, der gesagt hat, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also positiver, zugewandter. Ja, aber was ist denn daran positiv, wenn man am nächsten Tag die Welt untergeht, wenn man es noch verhindern könnte? Dann sollte man vielleicht nicht das Apfelbäumchen pflanzen, sondern das wirklich verhindern. Also der Stephen Emmett, der das Buch gerade 10 Milliarden vor kurzem rausgebracht hat, der hat es einfach die Dringlichkeit damit verglichen, wenn wir wüssten, dass im Jahr 2073 ein Asteroid auf die Erde fallen würde, dann würden wir jetzt alles tun, entweder das zu verhindern oder so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Und wir würden von jetzt an immer darauf hinarbeiten. Wir sind in einer sehr, sehr ähnlichen Situation, nur wir kennen das genaue Datum nicht. Und wir sind selber diejenigen, die diese Katastrophe verursachen. Es wäre viel leichter, das zu verhindern, aber es wird einfach nichts getan. Und deswegen lieber das tödliche Virus. Karin Duwe, Autorin des Buches Warum die Sache schief geht, wie Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen uns um die Zukunft bringen. Danke Ihnen für das Gespräch. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen.